Hallo und herzlich willkommen in meinem Informationsvideo zum Jaguar XJ 220 aus dem Spiel Test Drive Unlimited. Als erstes sehen wir hier einmal den Preis. Dieser liegt bei 160.000 Dollar. Der Outlaw Hunter ist European Classics, also die europäischen Opal Timer oder etwas älteren europäischen Fahrzeuge. Der Wagen ist in der Gruppe B, also schon ziemlich hoch, wurde noch nicht aufgeturnt und hier seht, hier sehen Sie nochmal das offizielle Logo von Jaguar. Ja, Sie sehen hier diese Anzeigen. Hier bei der Beschleunigung haben wir 74 von einem, also der waren beschleunigt, also wirklich sehr schnell. Das Tempo hier ist 60, das ist ja auf jeden Fall höher auch als die am Anfang, also wir sehen ja hier 341 Stundenkilometer, das ist schon einiges. Das Handling, 65, also auch ganz gutes Handling, Bremsen, naja, ich scheine jetzt nicht ganz so toll zu sein, aber ist nur 50, also schlecht ist das natürlich auch nicht. Also nun von 0 auf 60 Meilen, beziehungsweise von 0 auf 100 kmh, braucht der Wagen 4 Sekunden, das ist schnell. Und ja, die Kraft liegt bei 542 PS. Schauen wir uns hier nochmal die Daten an, an alle, die sich das richtig anschauen wollen, die können das Video natürlich jetzt stoppen. Ja, hier sieht man halt nochmal diese ganzen genauen Sachen, wie der Wagen wiegt und so weiter. Ja, schauen wir uns den Wagen nun mal an. Also wir können einmal hier die Türen öffnen und schließen, sowie die Türen, nein, die Fenster öffnen und schließen und die Türen offen zu machen. Ja, wie gesagt, sie sehen hier, der Wagen jetzt, ähm, ja, silber-weiß-grau, irgendwie alles. Jetzt sehen da hinten der Motor, das sieht, da war ich, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ja, wir gehen hier auch mal einfach näher dran, also, ach. Der Wagen sieht, der Wagen sieht richtig schön elegant aus, auf jeden Fall. Spiegelt sich auch alles schön. Ne, der sieht echt klasse aus, auf jeden Fall. Uuah, richtig genial, auf jeden Fall. Okay, nur gehen wir in den Raum. Ja, schauen wir uns hier erstmal um. Fenster können wir natürlich wieder aufmachen. Ja, wir sind hier das Lenkrad, mit dem Jaguar-Logo drauf, den Tarometer sowie den Drehzahlmesser. Hier haben wir die Gangschaltung. Rückspiegel. Hier ist offen. Kann man auch schön rausschauen. Ja, dann starten wir den Wagen doch gleich mal. Oh, richtig, richtig schöner Sound. Ich freue mich schon richtig auf die Probefahrt. Ja, von hinten hier sehen wir nochmal den Motor. Die Motoren. Und die Hupe. Ja. Nun, jetzt kennen Sie die Daten. Und wir wissen auch wieder, wann überall aussieht. Und jetzt starten wir einfach unsere zwei-minütige Probefahrt. Während der ich jetzt mal ruhig bin, dass Sie auch schön richtig den Sound genießen können. Und jetzt starten wir einfach mal ruhig bin. Und jetzt starten wir einfach mal ruhig bin. Ja, wie Sie sehen, einige Fahrfehler hatte ich natürlich drin. Aber der Wagen lässt sich wirklich super fahren. Auch wenn die Geflündigkeit jetzt gar nicht... Ja, also wir sind ja gar nicht so schnell gefahren, wie der Wagen eigentlich kann. Ich hab nicht genau auf den Therometer geschaut, aber ich glaub, schneller als 220, 230 km haben wir gar nicht gefahren. Ja, aber diese Fahrfehler, die lagen auf jeden Fall an mir und nicht am Wagen. Also der Wagen lässt sich wirklich super steuern. Auch an den Kreuzungen, so konnte man richtig schön in die Kreuzungen driften. Aber er hat auch nicht... Ja, er hat sich aber auch nicht zu stark gedreht. Also man konnte richtig gut in die Kreuzungen driften. Also ein klasse Fahrzeug auf jeden Fall. Da empfehle ich auf jeden Fall den Kauf. Jetzt am Anfang, ich spare mir natürlich noch mein Geld zusammen für... Ja, ein Ferrari, ein Lamborghini, ein Königseck, McLaren oder was auch immer. Aber im späteren Verlauf, wenn ich richtig viel Geld hab, also diesen Wagen werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Allein schon wegen dem schönen Design. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hab Sie den Wagen etwas näher gebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer ETS Player. Macht's gut.